Weißt du, auf was ich jetzt Lust hätte? Auf so einen leckeren Shish-Kebab. Geht das auch zu Hause? Probieren wir es aus. Dreimal Paprika grün, einmal rot und wer es gerne scharf mag, eine Chili. Vermischen alles miteinander und schneiden es so fein wie möglich. Ein Teelöffel Salz. Unser Fleisch besteht aus 40% Lamm, 60% Rind. Gut vermischen. Für unseren Beilagesalat rote Zwiebeln. Petersilie. Tomate und Gurke. Bisschen Olivenöl, Salz und wer hat oder findet, nimmt Sumac als Gewürz. Ansonsten Zitronensaft. Da unser Spieß etwas dicker sein muss, kleben wir diese dünnen hier zusammen. Darüber kommt Alufolie. Perfekt. Kaltes Wasser. Nehmen wir uns ein gutes Stück, geben es oben um den Spieß und drücken es vorsichtig herunter. Banner erhitzen. Den Spieß braten wir auf hoher Stufe, 5 Minuten pro Seite. Schieß Kebab aus der eigenen Küche. Çok güzel.